Also ich denke, wir sind in Deutschland schon sehr nah dran an den Klienten und also haben ja auch gesetzlich bestimmte Vorgaben, aber wir diskutieren das auch jeden Tag in der täglichen Arbeit, ob wir es auch tatsächlich so umsetzen, wie man es besser noch machen kann und von daher, es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten. Ja, Heike sagt, ja, sie kann verstehen Luxemburg und Frankreich, aber es ist eine weitere Information von mir, Luxemburg und Frankreich haben das Problem ist, dass es ein old-fashionedes System ist, mit Cote Napoleon und Tutel und Curatel und ja, das ist ein Problem, wir haben so viele Direktoren und Presidoren, also haben wir eine große Hierarchie, wir wissen, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir sind manchmal von den Klienten, ja, es ist mehr zu administrativ, und ja, das ist wahr, sie wollen, und sie haben zu ändern, weil die French und die Luxemburg-Systeme, sie haben Artikel 12 von UNCRPD, also sie sind unter Pressure, aber wir können auch lernen von den Spanischen Norden. Ja, wir sind sehr nahe in Deutschland mit unseren Klienten. Wir müssen, weil es Teil unserer Art und Weise ist, dass wir unsere Klienten anschauen müssen. Wir müssen unsere Klienten mal persönlich sehen, und was wir machen in unseren Daily Practice, Heike hat gesagt, ist, dass wir eine Ausgabe von Erfahrung haben, wie wir es verbessern können, wie wir es verbessern können, wie wir es mit den Leuten treffen können, wie wir die Situationen verhindern, weil wir es nicht hier haben. Wir haben keine Sicherheitskontrolle, keine Videocameras, wir haben auch sehr violenter Menschen, Menschen mit Schizophrenie, als normalen Kunden. Sie bekommen einen Koffer, nicht mit einem Blastack, und wir haben sie als Menschen, nicht in einem Präsenz, die Videocameras, die Sicherheit und die Polizei. Das ist das, was wir jeden Tag sprechen.